Was da ist? Komm nicht! Fick die Höhle da! Ich krieg's ohne! Was steht denn da jetzt drüben? Ein Känzler. Achso! Da machen wir gleich ein Känzler. Geh doch mal runter. Ja, los! Ja, jetzt kommst! Jetzt guck mal! Oh ja, das ist gut. Das kommt gut. Oh, jetzt! Ja, los, hol doch mal deinen Appal! Ach, du hast ja ja keine Ahnung. Fischer! Ja, hier! Ja, guck, das ist jetzt noch drüben. Oh ja! Oh! Ja! Guck, er hier! Guck, er hier! Ja, hier ist es! Da sprich die, die Herrheit auch noch. Na, los! Ja, geh doch mal runter! Stell dich doch mal in die … Jetzt traut er sich dann. Da ist ich da mal dran. Ja, das ist auch nass. Ich schätze die ja auch noch mal in die Damen. Guck jetzt, okay! Dann gehst du mal auf Häuser höher, dann machen wir das. Wollen wir nicht mehr hin? Häuser höher? Ein bisschen, nicht ganz höher. Schütze, guck mal hoch. Schütze, guck mal hoch. Dankeschön. Ich muss jetzt hier noch was ums geht. Ja, das ist das. Ja, das ist das. Oh, guck, er macht sich schon jahrelos jetzt dabei. Jetzt ist schon jahrelos. Oh Gott. Das ist aber jetzt noch mal waschen. Das ist blausig, ne? Oh, meine Freundin wird's gemacht. Hallo, Chef. Pst! Oh Gott. So? Ja. Ja, hallo, ey. Ja, hallo, ey. Also, hier. Ja, das ist ja auch noch. Aber die Scheren, das ist gezielt, das ist. Das ist witzig. Klar, gezier gerade nicht, aber du kannst gleich... Ja. Ja. Ja, hallo, ey. Ist doch. Kannst du mir eine Dauerwähle machen? Ja, hallo, ey. Ja, hallo, ey. Ist doch. Kannst du mir eine Dauerwähle machen? Da steht schon eine junge Dame, die nimmt dich bestimmt mit. Ja, voll. Und weg ist er. Voll. Tschüss. Tschüss. Ja, das sind Profis, hm? Ja. Ja, guck mal, da kommt sogar, was kommt. Ja, ja. Bei, äh... Oh, nein, wie süß aus. Ich bin nicht mehr, wie kär, das klingt sehr witzig. Wir kommen mal. Den ist warm, doch mal. Ja. Hm. Honig. 走st für mich. Ja. Du h sommet deinen Aufenthal. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.